herzlich willkommen zum video mind map mit free plane zusammenhänge schnell sichtbar machen ich möchte in diesem video zeigen wir mit der gratis software free plane mind maps erzeugen kann was mein web sehen wirst du wahrscheinlich schon wissen wenn nicht dann verweise die ich auf ein wieder das ich in der video beschreibung verlinkt habe muss um der einführung ins mind mapping gibt kurz gefasst mind mapping ist eben eine methode bei der man eben zusammenhänge sehr gut sichtbar machen kann entspricht dem gehirn gerechten lernen wir denken ja nicht linear sondern wir haben ein netz von ideen im kopf und so wirklich populär gemacht haben diese mind maps toni posse man sieht hier eine abbildung aus wikipedia der hat das wirklich sehr populär oder sehr populär gemacht diese methode wir arbeiten jetzt hier mit free plane und damit damit flippen arbeiten kannst muss man hier java zuerst ist denn java ist kostenlos java ist eine art software die seine möglich dass man andere programme ausführen kann so wenn ein betriebssystem braucht dass du bestimmte programme laufen lassen kannst hilft hier auch java zahllosen programmen und hier unter java.com.de download kann man sie runterladen beachte die lizenz also wenn du kein geld damit verdienst also keine kommerzielle lizenz brauchst dann kannst du es hier ohne probleme runterladen das setze ich jetzt mal bei free plane bei dir voraus wenn der free plane die anschauen möchte ist die haben wir die webseite von free plane da gibt es einige zusatzinformationen gibt ja mal so einen raschen einstieg runterladen kannst du das hier vom web server sourceforge über diese adresse kannst du es dann herunterladen man geht auf download und kannst dann herunterladen kannst dementsprechend dann auch natürlich dann rasch installieren aber vergiss nicht vor java zu installieren sonst wird das nicht funktionieren denn noch basic informationen zu mindmaps dann doch noch dass du die wichtigsten begriffe dann so kennst der mitte steht immer das hauptthema das ist übrigens am eindeutig mit free plane schon gemacht habe daran schließen sich dann die sogenannten oberbegriffe an die geben dann der sache eine gewisse ordnung danach wird es dann immer weiter wenn ich nach rechts gehe oder immer weiter gehe und hier nach links gehe jetzt dann immer detaillierter als obegriff hier zum schön mein name und eine detailinformation wäre hier zum beispiel marvin radmeier oder wohnadresse markortstein sommerfeldstraße 14 und so weiter und diese einzelnen bereiche hier nennt man knoten das heißt dass hier ist ein hauptknoten diesen weitere knoten und diese nebeneinander sehen das wären dann hier geschwister knoten wenn es auf derselben ebene sind und danach kommen dann immer dann die kinderknoten und man sagt doch gerne tochter knoten diese linie die wir hier sehen in verschiedenen farben es kann man das ganz geschickt mit fribli machen das nennt man dann linien und kanten sind jetzt hier wieder im free plane bis an der mitte aufgebaut ist haben wir schon besprochen vielleicht noch zusätzlich es geht über ihm darum zusammenhänge aufzuzeigen und die lese richtung seiner mitte geht immer hier so im uhrzeigersinn das wäre so der der punkt dann in diesen einzelnen knoten sind diese einzelnen bereiche hier sollte der text möglichst kurz sein das ist einzelne worte verwenden wenn überhaupt kurze sätze vielleicht maximal vier wörter sollte man dann hier dementsprechend verwenden verschiedene farben sei es der linie oder des textes ermöglichen dann den überblick und wenn ich schon von der leserichtung gesprochen habe sollte man hier immer solche icons einfügen wie das geht welche dann auch gleich da noch zeigen jetzt fangen wir aber gleich an wir zeugen dementsprechend eine neue mindmap ich gehe jetzt hier auf datei neue mindmap habe hier jetzt eine neue mindmap angefangen sie wurden noch nicht gespeichert aber speichern ist ganz wichtig wenn der computerabschutz das programm stößt dass das da nicht verloren ist und das macht man dann wieder so wie bei allen programmen letztlich datei mindmap speichern unter ich habe mir jetzt ein entsprechendes verzeichnis ausgesucht und wähle jetzt hier als dateiname zum beispiel ich klicke auf speichern und da geht es natürlich nicht nur darum dass ich eine mindmap bastle sondern ich möchte sie dann später auch weitergeben als grafik das geht dann hier über den weg datei mindmap exportieren dann wählt man wieder ein verzeichnis aus und wählt dann da herunten den datei typ aus wenn man eine grafik weitergeben möchte würde ich die gpeg empfehlen oder man wählt zum beispiel auch pdf hier wäre zum beispiel pdf und dann klickt man auf speichern und eine grafik datei von der mindmap wurde dementsprechend dann erzeugt das nächste zeige ich dir schnell wie meine text bearbeiten kann mit einem doppelklick mit der linken maustaste kommt man da rein markiert dann den text und ich überschreibe das jetzt und klicke dann zum beispiel hier ich hinein und jetzt geht es darum weitere knoten einzufügen dann muss man hier einen knoten ausgewählt haben ist bei mir jetzt der fall und ich drücke die einfügen taste und tippe dort den ersten texte meine knoten hier rein das wäre dann mein thema wenn ich das hier vergrößern möchte dass man etwas mehr sehen kann könnte ich jetzt hier zum beispiel machen und stelle sie im zoom 200 prozent ein so ich habe es den ersten uhrbegriff eingefügt mein name ich gebe in die mitte auf ich drücke wieder enter und der nächste begriff kann ich ihren eintragen ich gehe wieder in die mitte drücke wieder enter und so weiter solche bezahlen begriffe eingetippt aber sie ist dann wenn es vergleichs mit der anderen meine muster praktischer meinte da passt nicht ganz die reinfolge ich möchte sie hier dann im uhrzeigersinn machen da steht dann hier oben mein name das passt soweit ich möchte wohnadresse dann weiter oben haben wenn ich das jetzt sind rein klicke und hier noch links vor in dem verloren recht sie suchen mal hier nämlich seine freie ellipse mit der linken maustaste nein klicken kann ich das hier so verschieben aber dann verschieben sich die anderen begriffe dann auch mit wenn man gleich uns anschauen was man dagegen machen kann und ich brauche die wohnadresse auf der anderen seite ich klicke jetzt da hinein einfach mit der linken maustaste nehmen sie fahrzehnte mit und das ist welche links er her fahrer dann habe ich auf der linken seite dass er startiert und ihr und jetzt auf der rechten ich lasse jetzt auf der rechten seite los und habe jetzt hier auf der rechten seite die wohnadresse und so die ich das jetzt dann aus die freizeit gehör dann in die linke seite klasse gedrückt auf der linken seite die lieblings webseite steht schon hier richtig die ausbildung möchte ich noch auf die rechte seite geben ich jetzt auf die rechte seite und auf die linke seite möchte ich den beruf geben da habe ich das soweit einmal umsortiert jetzt möchte ich hier die reihenfolge verändern ich gehe jetzt einfach mit der maus hierher die ausbildung passt hier aber den kontakt ich dann hierher möchte das verschieben möchte drücke ich dann die steuerungstaste und die pfeil laste nach unten und habe das damit dann ausgetauscht wenn ich mit dem pfeil tasten einfach auf runter gewähle ich dann dementsprechend dann hier diese einzelnen knoten aus mit dem pfeil aus dem nach links gebe ich in der mitte und bin dann wieder zum beispiel rechts mich jetzt wieder die steuerungstaste drücke und die pfeil dass die nach oben habe ich das umsortiert und freizeit steht dann oben somit habe ich jetzt die richtige reihenfolge jetzt schon einmal bekommen welche etwas verschieben möchte suche ich mir wieder die freie lipse mit der linken maustaste und dann verschiebt sich das ganze so wenn ich das nicht möchte wenn ich ihr frei anordnen möchte habe ich die sogenannte freie positionierung ich will das hier aus rechte maustaste wähle jetzt hier die möglichkeit frei positionierter knoten dann verrückt ist eine knot normal in die mitte hier und ich sehe hier dass hier welche erfahre habe ich das jetzt hier eine gefüllte lipse der drücke mit der linken maustaste drauf und kannst jetzt frei verschieben ohne dass sich die anderen bereiche dementsprechend dann verschieben wenn ich hier einen knoten löschen möchte dann muss ich mir nur auswählen und drücke die entfernen taste und erst gelöscht wenn ich das wieder rückgängig machen möchte kann ich das mit steuerungstaste z machen mit der kombination oder mit bearbeiten rückgängig und da kann ich das wieder rückgängig machen klickt einmal drauf und da steht hier wieder mein name da wenn ich jetzt einen weiteren knoten einfügen möchten danach kommt will ich mir den knoten ausdrücke einfügen und trage dann ein marvin rat drücke enter und der text ist erinnern wie diesen text umbrechen möchte kann ich jetzt die alttaste und enter das erdrücken es geht ein editor auf wenn ich da hinein gehen kann ich das einfach umbrechen und klicke auf ok das wäre mal der punkt mich einen schwebenden knoten also nicht mit denen zusammenhängt dann einfügen möchte gehe ich auf bearbeiten neuer knoten naja schwebender knoten und da könnte ich dann zum beispiel schwebend oder dann könnte ich zum beispiel infos zu mir eingehen klicken mal daneben hin man sieht er ist dann immer in der mitte sowie es auch schon bei den freien knoten gehabt haben suchen wieder diese ellipse aus und kann dann dementsprechend dann hier diesen freischwebenden knoten dann dementsprechend dann auch verschieben wie ich den knoten ausrichten kann habe ich das schon gezeigt so ich habe zwei weitere texte schon eingefügt möchte zeigen wie man mit texten umgehen kann einfache bearbeitung ist einmal sich ein doppelklick dann kann man hier das dann überschreiben oder du verwendest die sogenannte f2 taste auf deiner tastatur oder was ganz praktisch ist man verwendet den editor und wenn ich jetzt hier auf alt enter gehe öffentlich den markierten knoten und kann dann herinnen ganz toll arbeiten und könnte hier auch dann einzelne wörter auswählen die dann sogar bearbeiten ich jetzt hierher kann ich hier zum beispiel eine bestimmte farbe wählen die wirkt sich in dem fall hier nur auf name aus ich klicke auf ok und nur name erhält dann zum beispiel diese farbe und das ist sehr praktisch vor allem wenn man längere ausdrücke hat das mit ihren umbricht gewissermaßen das nächste ist dann das war der karte mediter arbeiten das nächste werden formatierungen für einzelne wenn ich mir einfach etwas auswähle ohne dress muss ich ein bisschen aufpassen und geht dann hier zum beispiel hier wie mir die schriftgeist 12 aus dann wird das sofort hier angewendet nicht mehrere auswählen möchte auf einmal machen möchte dann wähle ich das wie bei windows üblich mit der strangstraste da habe ich jetzt gedrückt wie mit die knoten aus die ich jetzt praktisch gleichzeitig bearbeiten möchte die strangstraste gedrückt drücke hier auf b zum beispiel also für fett 12 zum beispiel und haupt und dementsprechend dann hier die größe dann eingestellt wenn ich jetzt auch noch die schrift habe verändern möchte gehe hier auf format knoten schriftfarbe und könnte hier dann eine andere farbe wählen klick auf ok und all die begriffe die ich mir ausgewählt habe werden dann zwischen dem von mit orange gewählt außer der eine du kannst dich erinnern den habe ich hier im editor gemacht ich mit alt ente das mache komme ich da rein und könnte das dann hier wieder verändern oder auswählen rechte maustaste am knoten texte mediter bearbeiten komme ich dann auch sehr leicht dann dorthin und kann das ganze dann hier so anwenden ich füge dafür dann einen neuen unter knoten ein ich will mir hier wird den link aus drückt wieder auf einfügen das jetzt da und drücke auf rechte maustaste und klicke jetzt hier auf bild hinzufügen über genau diesen knoten bild hinzugefügt ich habe mir jetzt hier ein bild ausgesucht auf meiner festplatte klick auf öffnen unterscheiden dann herinnen ich verschiebe ein bisschen die meine ich kann das hier mit gedrückter linker maustaste machen wie immer das bild aus und kann sich in der größe verändern nämlich hier mit der maus herfahre wo gar nichts drücken jetzt rück ich einmal die linke maustaste gedrückt ziehe es dann nach oben schiebe wird zum beispiel kleiner und passt sich dann automatisch in der größe an ich war noch mal hier was vielleicht noch mal kleiner das passt sich an wenn ich diesen freien knoten verschieben möchte vielleicht einfach mit der maus hin war zu lang bis dieser gefüllte die gefüllte liebte angezeigt wird und kann es dann schon dementsprechend dann wegschieben welcher schreiben möchte klicke ich einfach hinein und schreibt dann was hinein da könnte ich dann zum beispiel kaisersmann schreiben liegt daneben hin und der text wurde dann schon dementsprechend dann hinzugefügt also ganz einfach das nächste möchte zeigen wie man sich verbindungslinien noch mal machen kann dafür richtig das jetzt hier mal ein bisschen schöner aus dass das hier schöner passt und ich möchte jetzt hier eine verbindungslinie von ausbildung zur beruf machen dafür glücklich mit der linken maustaste hinein lasst ihr da drückt gestern dass er drückt jetzt auch beruf habe also bei sie jetzt hier ausgewählt und jetzt kommt eine wichtige tastenkombination ich drücke die störungs taste und gleichzeitig die l taste ja und damit wird dann hier schon eine linie gezeichnet das ist es geht von ausbildung zur beruf welche zehn mit der linken maustaste drauf drücke siehst du dass sie auf der rechten seite was ist und wenn ich dann rauf oder runter fall sieht es dann dann verändert sich das hier ich kann sie in der position dann einstellen nachdem ob ich links oder rechts war welche ziel mit der rechten maustaste auf diese linie drauf gehe öffnet sich hier dann ein menü und da kann ich dann hier zum beispiel auch die pfeilspitzen richtungen einstellen ob ich den beide seiten habe wie es jetzt hier der fall zum beispiel habe die transparenz die stärke könnte ich hier noch verstellen verkleinern vergrößern und so weiter könnte sogar noch einen text hinzuschreiben hier ist meine verbindung klick auf ok und dann steht da noch hier drinnen hier ist meine verbindung welche ziel wieder drauf gekriegt das hier dann auch sogar verschieben dass wir jetzt hier diese konnektoren die hier eingefügt und sie verbindungslinien so zeichnen wie man einen hyperlink einfügt dazu gehe ich dann hier zum beispiel zur lieblingswebseite füge wieder in einem weiteren knoten ein bisschen also ausdrücke wieder einfügen sie danach ein eingefügt und schreibt dann einen kurzen text hin zum beispiel kanal wird jetzt mal daneben hin das ist wieder ausgewählt und jetzt drücke ich die strengstaste und gleichzeitig k also strengstaste plus k dann geht das hier auf fügt dann hier einen text eine website also eine internetadresse ein klick auf ok und es wird dann hier siehst du das erkennt man das dann hier an diesem roten strich nicht aus diesem roten pfeil mit darauf klicke würde ich dann dort hinspringen zu dieser adresse ich gewählt habe in dem fall bin ich hier auch schon bei meinem youtube kanal gelandet das eigentlich schon ganz wesentliche hinweise bekommen jetzt aber zum schluss noch wichtige tipps die ich dann noch mitgeben möchte wenn du solltest auf jeden fall immer verabreden prüfen das machst du hier über hilfe verabreden bekommst du dann angezeigt dass du wirklich neuere software vielleicht hast wenn dir menüs verschwinden sollten wir hier oben zum beispiel dann empfehle ich dir schau mal genau ach gehe hier ins menü hinein und schau dann hier bei ansicht symbol leisten wirklich hier überall die hakel gesetze also wenn etwas nicht findet schon hier und versuchen mal dass die die sachen dann wieder einblendet als nächstes geht es nicht darum um diese nummerierung in urzeigersinnung muss man dann hier solche icons einfügen man will dann hier den knoten aus bei dem man den icon einfügen möchte und geht dann hier hin und sucht dann entsprechend einen icon ist drücke ich auf 1 und wird hier an der 1 eingefügt dann hier bei wohnadresse gehe ich ja und fügt in 2 ein solcher wird über diese icons eingefügt zeigt immer ganz rasch bei jeder dieser linien da eine wolke einfügen kann ich hier zum urbegriff gehe dann rechte maustaste dann dementsprechend wähle und wolken knoten auswahl erzeugen mache wird man dementsprechend eine wolke angezeigt ich mache das jetzt auch mal überall ich habe das jetzt mal übel gemacht und richte mir die jetzt einmal zurecht verwirte dorthin suche mir den freien die freie lipse habe dementsprechend das über gemacht und manchmal kann es auch sein dass du hier dann etwas ein oder ausblendet wenn du hierher gehst zum beispiel drückt zum beispiel dann die lehrtaste da werden nämlich die ein und wieder ausgeblendet und dann sind plötzlich nicht mehr alle sachen ausgeblendet und du möchtest dann aber alles angezeigt bekommen da gibt es hier ganz einfache möglichkeit da gehst du hier rauf zu diesem symbol und dann werden dann wirklich alle unterknoten ausgeblendet nämlich dann wenn du in der mitte hier bitte das hauptthema ausgewählt hast dann werden die alle ausgeblendet wenn du alle einblenden willst also ein klappen willst dass du nur noch die obegriffe hast dann kannst du das hier so machen und hier wieder dann dementsprechend dann ausklappen dann ganz wesentlich gerade wenn du etwas präsentieren möchtest natürlich mit einer meint auf dem beamer zum beispiel kannst du hier dann dementsprechend dann den zum zum beispiel verändern oder du könntest zum beispiel auch die 11 11 taste drücken die funktionstaste ff und mit vollbild darstellung starten wird wirklich das ganze hier gestartet wenn du noch mal 11 drückt dann wird das dementsprechend dann deaktiviert ja jetzt hast du an und für sich die wichtigsten hinweise bekommen wie man ganz rasch mind maps mit free plan machen kann ich wünsche dir viel erfolg damit du wirst sicher viel spaß haben und wir sehen sich wieder bei einem neuen video